Du hast auch schön Druck gemacht. Da waren die... Ähm... Ja, du bist ein bisschen nach vorne gegangen. Hast du es gedeckt? Das war gut. Was Eckst du zum Beispiel machst, ist dann zack, zack, zack. Einfach ein bisschen rein pieken. Mein Bild ist halt nicht so hoch. Ja, aber anders als der Hohle, wo du bist. Ja, Zwischenstechen ist dann sofort geschützt. Ich hab's probiert. Hab's auch nicht so gekriegt. Starte! Oberschenke! Doch, ja. Trefferbultis! War aber auch nicht so richtig durchgezogen, oder? Doch, doch. Der war drauf. Fugnate! Ja! Also den Exi gemerkt hat, ne? Ich dachte... Ja. Da kann er aber ganz schön rennen, du. Ja. 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 Ja, ne. Ach, ne. Das war... Wenn du nur 2 Minuten Luft lässt, kann man auch gerne machen. Geht dann mal hier noch mal. Stand von dir. Aus. Gleich wie hin gehen, raus gehen, ne? Also... Ne. 6. Party! Schwier doch! Schöner Hilf. Kommarte! Bis 3. Nicht in sowas. Ich hoffe es ist nicht mehr. Juge! Holt! Holt! Schöner Hilf.